so willkommen hier auf meinem kanal ich wollte mal jetzt wieder mal in labor checken um zum zweiten mal die schrank hier aufzumachen also die schränke hier dafür braucht man dann und sich garten wieder das ist alles was ich dabei also mitgenommen habe wenn man mal ob man da was rauskommt rausbekommen anzuschauen wo gehen wir zwei oder drei oder zwei schau mal die nummer drei wo muss man dahin aus soja stimmt ist dieser zurück da muss man mit zweier machen soja ich ja okay das lieber das jetzt ja direkt es sind ok ok wenn man das aus ja super was dabei auch hier gott sei dank ok gott sei dank musste nicht aufs klo es gibt es hier und und ich hasse ich ja schon klar mit seinen gast das mal wenn ich mir so eine gas maß ich meine war auch so ... ... ... ... Und noch einer mit seinen Gassi. Ja, okay, dann bewegen wir uns nicht mehr von der Stelle, oder wie? Ja, okay, dann bewegen wir uns nicht mehr von der Stelle, oder wie wir uns nicht mehr von der Stelle machen. Es ist die letzte Drin. Ja. Ganz gut. Also angeblich, diese Kiste hier sollte auch so Heilung sein. Ich kann später mal ausprobieren. Wow, hier geht es ja ab. Wow, komm. Super, jetzt stecke ich fest. Gar nicht so schlecht, diese Waffe. Oh, von wo sind die rausgekommen jetzt? So, so, ich denke hier, film muss. Jetzt, so, dann. So, deswegen... Komm schon, komm schon, komm schon. Oh ja, wie ist denn das? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das ist jetzt so, ey. Das ist... Boah, ich glaube, hier werde ich sterbe. Stebni. One, nee, oder? Super, super. Mist. Oh, schau mal mal. Also, ich sterbe auch am ersten Mal in diesem Labor. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da unsere Leiche vorne am Eingang wiederfinden oder irgendwo mittendrin, also innen drin, in dem Labor. Ich weiß nicht, ob wir da sind. Wie ist denn das? Ich weiß nicht, ob wir da sind. wenn ich damals so viele wochen mehr meinst du meinst du meinst du meinst du das ist ja nämlich hoch und so Das ist für eine Waffe. Oh, komm, wieder. Okay, dann, ich glaube, ich werde nur eine Leiche wieder zurücknehmen. Wie gesagt, ich nehme dann noch meine Leiche wieder, also mein ganzes Zeug und dann, was ich dann mit diesem Zimmer zu diesem Ficht dann vermeiden und schaue ich dann einfach weiter. Okay. 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 Ja, wie ist jetzt meine Ausrüstung? Das vielleicht ja nicht einmal. Ja. Ich werde es hier auf einmal verfolgen. Ich werde es hier auf einmal verfolgen. Ich werde es hier auf einmal verfolgen. Also, diese Tüme ist momentan Tagum. Und filmen wir aber noch ein paar. Ja das war klar, dass er wieder mit seinem Gast kommt. Also proben wir uns toll, dass wir umbringen und bekommen wir eine Karte oder wie jetzt? Das reicht ja dann niemals. Ok, vier Karte noch, ok, gut. So, da war irgendwas mit dem Internet, also Internetstörung. Ich entschuldige mich nochmal, also Mama war weiter. Ah. Okay. Lass deine Gasse, lass deine Gasse woanders. Hm. Hier war nicht rein, ok. Da geht's nicht. Da geht's nicht. Da geht's nicht. Da geht's auch nicht. Also, wahrscheinlich muss man dann unbedingt diesen Fichtern töten. Na ja, ok, dann war das von meiner Seite aus. Wie ihr gesehen habt, muss man dann unbedingt diesen Fichtern töten, weil so viele Karten bekommen wir dann nicht. Nur 22 Stück. Und die reichen ja nicht, um hier so einen Schrank abzumachen. Oder wie komme ich überhaupt jetzt wieder raus. So, ja mit dem Aufzug. Ne, und ja. Also, ich weiß Bescheid. Ich bedanke mich dann nochmal fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen über ein Abo. Das ist ja nichts, ne. Und, äh. Ja, bis zum nächsten Video dann. Hat's rein. Mal. Das eben mal. Bas STalk otässtij repetition. Mal. 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 Vielen Dank.